Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkey. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 3.1.2022, damit den ersten Handelstag im neuen Jahr. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Fangen wir mal mit der schlechten Nachricht an. Ich habe die Jahresauswegsanalyse noch nicht fertig bekommen, aber das hat einen Grund und zwar die gute Nachricht. Wir haben endlich unseren Nachwuchs bekommen. Der eine oder andere hat ja schon fleißig mitgefiebert. Also ich habe teilweise am 23.29 so viele Nachrichten auf dem Handy gehabt, ich konnte es manchmal gar nicht mehr beantworten, wo nachgefragt wurde, was ist denn nun mit eurem Kleinen, was ist denn, wann kommt ihr denn nun, wann ist es denn soweit? Ja, am 30. war es dann soweit. Also es ging in der Nacht vom 29.30. los und kurz vor um 12, am 13.12. ist er dann zur Welt gekommen, kleine Lukas, das nun mein Junge, unser erstes Kind und der hält uns jetzt hier gut auf Trab und insbesondere natürlich die Mama und ich versuche zu unterstützen, wo ich kann und das hat eben dazu geführt, dass die Jahresauswegsanalyse hier nun erst mal liegen geblieben ist. Wir machen aber trotzdem die Tagesanalyse jetzt hier für den Montag. Ich glaube nämlich ganz so viel brauchen wir gar nicht sagen. Ich könnte mir nämlich sogar vorstellen, dass es auch erst mal noch ein bisschen ruhig ins neue Jahr geht. Es ist einfach so, dass relativ viele Sachen, ich sag mal, wir haben jetzt viel Bewegung im Jahresende gehabt, nochmal durch so einen typischen Schlusssport, durch Positionsänderungen und so weiter und so fort. Im neuen Jahr orientiert man sich gerne an den nächstgrößeren Terminen, die da anstehen und da muss man schon sagen, es ist relativ ruhig. Also die Agenda für 2022 sieht jetzt gar nicht so spannend aus mit markanten, brachialen Terminen. Das heißt aber nicht, dass das deswegen ein langweiliges Jahr werden wird. Meist haben es die dann eben auch besonders in sich, weil etwas kommt, was so nicht erwartet wird, was irgendwie keiner auf der Kantar hat. Und das sind eben auch immer so die Sachen, die dann tatsächlich auch den Markt bewegen, die Sachen, die eben keiner auf dem Radar hat. Nicht der nächste Lockdown, der kommt, der uns den Markt wieder nach unten reißt, was die Leute immer wieder glauben, sobald das Thema aufkommt. Es könnte doch noch ein Lockdown kommen, denken sofort immer wieder die Leute, ja jetzt fällt der Markt doch nochmal, obwohl er uns schon fünfmal bewiesen hat, dass er das eigentlich nicht tut. Und auch mit Immobilienkrise, das haben wir alles schon mal gehabt. Das erwischt ihn beim zweiten Mal dann eben nicht mehr so doll. Aber es sind oft dann unvorhergesehene Sachen, die dann eben irgendwo so ein bisschen Dominoeffekte auslösen. Auch Immobilienmarkt und Crash, das haben wir alles schon gesehen. Auch wenn es da wieder spannend wird, das wird auch was anderes werden. Dürfen wir uns auf jeden Fall überraschen lassen, was uns dann hier den Markt aus dem Konzept bringen wird. 2020 wäre dafür durchaus prädestiniert. Schöne Level überall gelaufen, das kann schon passen. Aber das machen wir nochmal in der Jahresausblicksanalyse detailliert. Ich wollte eigentlich bloß einleiten, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass der Markt zur Jahreseröffnung erst so ein bisschen Orientierung sucht. Man sieht in der ersten Woche ganz häufig, dass so wie die erste Woche wird, tatsächlich dann auch das Jahr wird. Das ist immer sowas, wo ich auch persönlich sagen muss, wo ich jedes Jahr nach der ersten Woche dastehe und sage, naja, vielleicht wird es ja dieses Jahr anders und ja, Ausnahme so und so, bla 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 bla. Aber so rückblickend ist es tatsächlich wirklich sehr oft so. Kann man ruhig mal durchgucken, dass er die ersten Wochen, also auch insbesondere die erste Woche im DAX tatsächlich dann so eine Grundtendenz für das ganze Jahr vorgibt. Auch typische Seitwärtsjahre fangen komischerweise auch in der ersten Woche unheimlich seitwärts an. Das ist sehr interessant, mal so zu beobachten. Ich würde jetzt hier erstmal sagen, wir bleiben erstmal bei dem, was wir aus dem Vorjahr mitgenommen hatten. Das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, haben wir gesagt, naja, DAX hat sich jetzt hier hochgebäumt, hat hier aber runter zu relativ flach gehalten. Wäre jetzt naheliegend, dass er nochmal probiert, hier oben ein bisschen einen kleinen Schlenker reinzumachen in die 900, 920. Sollte sich aber unterhalb von 940 wieder runterdrehen. Gelingt ihm das, hat mir gesagt, ist durchaus nochmal damit zu rechnen, dass er 780, 750 erreicht ist, noch genau auf der Route. Da brauchen wir nicht jetzt drüber schquatschen. Das seht ihr jetzt auch, ohne dass ich euch sage, dass das nächste Ziel dann eben jetzt die 780, 750 wäre und auch, dass die zum Montag erreichbar ist. Punkt. Ende. Aus. Ebenso geht natürlich weiter, was wir hier gesagt haben. Geht er uns über die 15.940, geht er uns über die 15.960 nach oben raus. Dann geht Platz auf bis 16.22 und 16.066, wo dieses andere offene Gap liegt. Ziele darüber wären dann 16.118, 16.230. Vorvor sehen würde ich erstmal hier die Fortsetzung der Route. Also einfach, dass er noch weiter in der Analyse drin schwimmt und das damit eigentlich auch dabei belasten. Unten haben wir auch drüber gesprochen, was würde passieren, wenn die 15.750, die 15.750 unten nicht hält. Das würde unserem DAX durchaus nochmal Spielraum geben auf den Stundendurchschnitt und eben auch diese alte Abwärtstrendkanne, die er schon mal gut verteidigt hatte. Die würde dann noch ein zweites Mal anlaufen. Die liegt momentan um 15.600. Und damit sind das eigentlich die Bereiche, auf die ich mich fokussieren würde. Haben wir einen schwachen Start, eine gute Abwärtstendenz, sehe ich den im Bereich um 7.80, 7.50. Gucken wir den dort sehr, 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 sehr genau an. Ich würde das auch nicht so auf die Waagschale legen. Das muss nicht eine 7.50 auf den Punkt genau sein. Ja, es ist auch okay, wenn das 7.30, 7.20 hier ein bisschen rumeiert. Aber grundsätzlich per Stunden Schluss und so weiter, der sollte schon versuchen, das zu halten und umzudrehen. Grüne Stundenkerzen hier in dem Bereich wären Long-Signale Richtung 15.900 und dann auch mehr. Ja, Punkt, Punkt. Das ist so. Ja, buddert er hier natürlich fette, rote, schmatzige Kerzen runter, dann lasst den Platz bis 15.600. Das sollte auch klar sein. Und von da können wir das eigentlich jetzt erst mal so abstecken. Großbild, wie gesagt, machen wir noch mal in einer separaten Analyse, wirklich auch auf höherer Ebene und gucken uns den Jahresausblick dann dort noch mal an. Was haben wir letztes Jahr erwartet? Was haben wir bekommen? Was steht dieses Jahr an? Worauf müssen wir uns einstellen? Das sollte man auf beiden Seiten einfach mal drüber gesprochen haben, was ein Jahr für eine Kraft natürlich auch entfalten kann, auf beiden Seiten. Das unterschätzt man immer so ein bisschen, auch wenn man so drüber spricht. Ich werfe jetzt mal einfach so Zahlen in den Raum. Ich sage mal, wir haben unten bei 9.800 ein offenes Gap. Wenn ich sowas erwähne, können sich das die Leute immer sehr gut vorstellen. Dann sage ich, naja klar, unten 9.800 ein Gap, klingt logisch, sind 6.000 Punkte. Wenn ich den gleichen Leuten aber sage, der kann auch hoch bis 18.800, dann sagen die, na bist du völlig bekloppt. Wie sollte denn das gehen? Warum soll der so viel steigen? Der ist doch so schwach, obwohl das oben raus plus 3.000 Punkte sind. Ich aber unten raus auch 6.000 Punkte nenne. Und deswegen sollte man oben natürlich auch entsprechend sagen, also 21.000, 22.000. Das ist alles im Rahmen des Möglichen, wenn Hyperinflation hier halt wirklich hinten Schatz sich einfach auch breit drückt und die Spuren dort reinballert. Also genauso wie wir 2018, Ende 2018 auch im Dow Jones gesagt haben, nach dieser langen Weihnachtskerze, der kann, wenn er will, kann der vollkommen nach oben durcheskalieren und kann da jetzt sich nochmal verdoppeln von dieser Kerze und von diesem Tief aus. Der muss da jetzt nicht die nächsten zwei Jahre in die Knie gehen und so weiter und so fort. Aber das, wie gesagt, nochmal Jahresausflächsanalyse. Wir gucken jetzt hier erstmal, wie kommt unser DAX am Montag rein. Ich denke, der sucht sich Orientierung. Der wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu handeln sein und deswegen könnte ich mir so einen reinen, die 87, 87, 50 dann erstmal wieder hochdringend gut vorstellen. Dann werden beide Seiten bedient. Das wird eigentlich gut reinpassen, von daher würde ich es so drin haben. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch viel Erfolg zu wünschen zum Montag. Viel Glück, gutes Gelingen und erstattet gut ins neue Jahr rein. Nehmt euch ein paar Sachen vor, die ihr im neuen Trading-Jahr einfach besser machen wollt. Also macht euch eine To-Do-List. Was würde ich besser machen? Was würde ich vermeiden? Guckt euch auch mal wirklich an, was hat euch im letzten Jahr dann wirklich Geld gekostet? Wirklich viel Geld gekostet und versucht dann daran zu arbeiten, das einfach abzustellen halt. Also, dass man wirklich diesen neuen Jahr, dieses neue Jahr im Sinne von Neujahrersvorsätzen wirklich auch nutzt, um sie umzusetzen. Und zwar nicht im klassischen Sinne, wie dieses, ach, dieses Jahr höre ich auf zu rauchen und dieses Jahr trinke ich nicht mehr so viel Alkohol oder keine Ahnung. So Sachen, die die Leute nicht gerne umhalten. Hier geht es halt um euer Geld, um euer Vermögen, um eure Zukunft letztendlich auch. Also da sollte man dann auch schon so eine Möglichkeit nutzen, um da ein bisschen mehr Ernst draufzubringen. Einfach, das ist schon wichtig, dass man vielleicht vom Einzahler sich auch irgendwann nur zum Auszahler entwickelt. Das ist ja so das, was die meisten ein bisschen vor Augen haben. Okay, ich mache hier aber zu, wünsche euch viel Erfolg am Montag und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.